Wettbieten mit Barcelona Die Abwehr von Borussia Dortmund soll verstärkt werden. Vor allem im Zentrum ist Bedarf. Medienberichten zufolge führt eine Spur nach Brasilien, doch die ist teuer. Schon vor zwei Wochen wurde der BVB mit der Remainer in Verbindung gebracht. Der Innenverteidiger von Balmiras aus Sao Paulo soll auf dem Wunschzettel der Schwarz-Gelben weit oben stehen. Sein Onkel und gleichzeitig Berater, Remainer, bestätigte das Interesse des BVB gegenüber der spanischen Zeitung ES. Wie die Mundo Deportivo nun berichtet, soll Dortmund konkreter geworden sein. Rund 27 Millionen Euro sind demnach offenbar geboten worden. Das Problem ist nur, dass ein Vorvertrag beim FC Barcelona existieren soll. Meine ist als Nachfolger von Javier Maschine eingeplant, der den Katalanen im Sommer den Rücken kehren wird. Dadurch, dass Barser jedoch zögert und ihn erst im Sommer holen will, Dortmund den Kolumbianer aber offenbar schon sofort haben will, könnte es noch eine Wende geben. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunkt Spielerprofil von Jeremainer auf Transfermarkt.de Bericht der Mundo Deportivo